Musik Musik Zugleich eine Deutsche, eine Deutsch-Deutsche, eine Deutsch-Deutsche, eine europäische Geschichte ist. Die einzige Möglichkeit, diese zwischenmenschliche Beziehung zu erfahren, folgt nach, Tag zu Tag zu erfahren, gab uns die Bürger aus Westdeutschland und in Ostdeutschland. Diese Exhibition ist für die Kontemplation, um sich in den Gesichtern zu sehen, was wir dann und dort getan haben. Danke, dass Sie kommen und die Exhibition haben. Ich bin der Bauch, der Reviewee, ich liebe es dort, in der Schweiz. Ich bin der Herzen, für mich ein gutes Frühstück. Ich bin der anderen Körperszöne. Ich bin der andere Sprache, in der Körperszöne. Ich hatte keine spezielle Erwartung, aber es hätte mich angenehm überrascht, wenn mein Vater mir gesagt hätte, hier gibt es eine Möglichkeit, auch wieder das Land zu verlassen, Richtung Westen. Und sowas, sowas ging mir so durch den Kopf. Was wir gemacht haben, das hat auch unseren westdeutschen Besuch so amüsiert, dass wir, wenn wir so politisch wurden, uns leise unterhalten haben. Ich sage, Mensch, redet nicht so laut. Man weiß nicht, was das für Nachbarn sind. Also von unseren Leuten sind viele sehr spät auf den Zug aufgesprungen, muss ich sagen. Auf welchen Zug? Auf den Zug, der immer weiter rollte in Richtung Wiedervereinigung, die wir ja eigentlich in Ungarn schon vorweggenommen hatten. Deutsche Einheit am Ballaton.